Willkommen zurück zu Black Ops 3 Multiplayer Beta. Team Deathmatch. Black Ops, die Missionszeit läuft. So, machen wir jetzt noch irgendeine Runde, dann restore erstmal für heute. Oder für heute Abend besser gesagt. Ah, schade. Den HW fasst aber schnell. Oh, scheiße. Was war denn das, ey? Das wollte ich gar nicht. Ich hab halt auf den Weg nie. Trotzdem erwischt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jawoll. Ja, 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 ja. Jawoll. Nein! Granate! Yes, alter. Headshot, Motherfucker. Headshot. Man, geh ja mal geschehe ab hier, Alter. Boom, Headshot. Nein, die scheiß Knarre war leer. Fuck you. Drohne in meinem Operationsgebiet einsetzen. Outrider ausgeschaltet. Erwischt. Oh, shit, ey. Fuck it, bitch. Oh, man, ey. Warum tropfe ich niemals wehe, ey? Ich muss sagen, die Multi... Blablabla. Multiplayer läuft richtig gut, also. Boah. Läuft auf jeden Fall sehr stabil. Hätt' ich mal die scheiß Granate darin gefeuert, ey. Scheiße. Drohne nähert sich. Neiiiinnn. Und dann tropfe ich nicht, ey. Feind ausgeschaltet. Mach mal das halt so. Krieger getötet. Überwachung erledigt. Läuft der Ast rein, ey. Da, das fällt mir. Bedrohung beseitigt. Schade, schade. Speer eliminiert. Drohne nähert sich. Boah, ist denn Dich hier ne fette Barzooka, alter. Geil. Die Welt sieht zu. Sie will einen Sieg sehen. Verblablablau nähert sich. Verbündete Hellstorm unterwegs. Oh, die Sau, ey. Feind am Boden. Yes, Alter. Krieg ich ja wirklich ein Wichser. Ach, shit. Fuck, ey. Granate! Äh? Alle CDP-Einheiten ausgeschaltet. Wir haben Ihnen die Ärsche aufgerissen, Leute. Wir sehen uns in der Basis. Dich war immer richtig geil, die Runde. Richtig fresh, alter. Richtig doppelt fresh, ey. Doppelt fucking fresh, alter. Naja, wenigstens Vita. Ja, ohne Götz, ey. So selten wie Kauflut, die Schüler, das hat auch geschickt geil. 16. Juhu, Level 3. Okay. Würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss von heute. Okay, mehr von euch voll fast. Aber die Richtlinie, wer durchschnitt ist. Und sehen uns dann, wie gesagt, in den nächsten Tage. Dann würde ich sagen, reingauen. Bis später. 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 Vielen Dank.